So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Z-Log? 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 Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Naja, egal, muss ich noch dran arbeiten. Ja, ich habe einige Punkte, mit denen ich euch gerne berieseln würde. Naja, sind vier Stück, um genau zu sein. Fangen wir mal an. Warum kommen im Moment keine Videos? Sprich, diese Woche nicht. Wir haben heute den 17.02.17 und die Woche kamen keine Videos von mir. Warum? Woran liegt das? Das ist die Frage und wir sollten damit Galileo Mystery anrufen. Vielleicht kennen die die Antwort. So, einige wissen es vielleicht von euch. Ich mache eine Ausbildung momentan und ja, die Zeiten sehen bei mir ziemlich so aus, also mein Alltag so. Ich stehe um 4.30 Uhr auf, richte mich, gehe aus dem Haus, gehe in die Schule, Ausbildung, wie auch immer und komme abends zwischen 17 und 18 Uhr wieder nach Hause. Muss, wie jeder Mensch, auch was essen und schlafen sollte ich auch noch. Zwischendrin sollte ich noch Hausaufgaben machen, mich auf Prüfungen vorbereiten, etc. Ja, da bleibt nicht viel Zeit unter der Woche für Videos machen. Und gerade Let's Plays nehmen relativ viel Zeit in Anspruch, weil man muss sich das ja vorstellen, das, was ihr seht auf dem Bildschirm, habe ich ja 1 zu 1 erlebt. Das heißt, wenn ihr 40 Minuten schaut, habe ich 40 Minuten aufgenommen. Das sind 40 Minuten, die mir, ja eben, die ich in dieses Video reingepackt habe. Die fehlen mir an Zeit einfach. Das heißt, die fehlen mir an Zeit. Die habe ich einfach verwendet, diese Zeit. Die ist nicht mehr vorhanden. Ich philosophiere gerade schon wieder über unnötiges Zeugs hinweg. Das mache ich ziemlich gerne, egal. Und ja, im Moment habe ich nur Zeit am Wochenende gehabt und ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, als YouTube zu machen. Ich bin ja kein professioneller YouTuber, sondern einfach nur ein Hobbymäßiger. Und das, ja, kann ich im Moment und darf ich auch gar nicht, muss ich auch dazu sagen, weiter ausführen soweit. Also sprich mit Geld verdienen und so weiter. Spielt aber keine Rolle. Ja, es kommen auf jeden Fall bald wieder mehr Videos. Ich werde in den nächsten, in den nächsten, weiß ich nicht genau, vielleicht 10, 15 Wochen, werde ich nicht mehr, also ich habe eine Verlagerung von meinem Ausbildungsort, was ziemlich praktisch ist, weil der näher an meinem Wohnort liegt. Und ich dann mit dem Fahrrad hinfahren und wieder zurückfahren kann und dann jeweils früher, später aufstehen muss. Ah, nee, ich muss gleich aufstehen, aber egal. Und muss kommen früher nach Hause. Das heißt, ich kann was aufnehmen. Ja. Und das wird sich also ändern. Nur so zur Information. Dann würde ich gerne mal mit euch, oder ja, mit dir viel mehr über meine Internetleitung reden. Ja, ähm, die Leute, die mich vielleicht auf Twitter oder auf YouTube, ich will die ganze Zeit YouTube sagen, natürlich, wir sind hier auf YouTube, Entschuldigung, die Leute, die mich hier auf Twitter oder Facebook verfolgen, ähm, die, ähm, naja, haben das vielleicht schon mitbekommen. Ich habe da mal einen, aus Spaß, ich wusste ja eigentlich schon, einen Test gemacht bei Chip.de, glaube ich, kann man hier ruhig nennen, spielt ja keine Rolle. Ich sage heute zu viel, spielt ja keine Rolle, spielt ja keine Rolle. Ähm, ja, habe ich mal gemacht und, ähm, erstaunlicherweise kam da raus, dass meine Internetleistung ein Download zu circa 2000 Kilobit pro Sekunde beträgt. Das, äh, pfff, ja, ist scheiße. Da ist einfach mal so, also meine Internetleitung ist ungefähr auf dem Stand von, ja, nehmen wir mal so 1500, wo sie damals noch so Aquädukte gebaut haben. Die haben eine bessere Leistung gehabt als meine Internetleitung. Und das ist ziemlich erbärmlich, um das nochmal zu veranschaulichen. Ähm, ja, visualisieren, ja gut, damit man sich das vorstellen kann, für 15 Minuten YouTube-Video, für ein 15 Minuten Let's Play, ist ja ziemlich klein. Was bei mir ungefähr eine Größe von 1,5 bis 2 GB, äh, verbraucht, äh, an Speicher, da brauche ich circa 35 Tage, um dieses Video auf YouTube hochzuladen. Und das ist nur der Upload. Da ist noch nicht die Bearbeitung mit drin, die wahrscheinlich eh nur 2, 5, 10 Minuten braucht. Ich weiß es nicht. Ja, also ziemlich, ähm, knifflig und eigentlich utopisch, nicht möglich, nicht machbar, ja. Und das ist ziemlich scheiße. Aus diesem Grund habe ich tatsächlich meinen Aufnahmestandort gewechselt. Also ich bin jetzt nicht mehr, ich habe vorher meinen Aufnahmestandort bei mir zu Hause gehabt. Ähm, mit dem schlechten Internet ist ja klar. Und, ähm, den habe ich jetzt verlagert intern, also familienintern auch, allerdings am anderen Ende der Stadt. Das heißt, mir fehlt da auch wieder ein bisschen Zeit. Ich brauche circa von daheim bis hierher, sitze ich auch gerade dort, äh, 15 Minuten. Das heißt, da geht mir jeweils noch eine halbe Stunde verloren. Ich brauche ja einen Hin- und einen Zurück-, äh, einen Rückweg. Ja, äh, das ist halt etwas, das Problem. Das erledigt sich jetzt aber relativ, wenn ich die früheren Zeiten wieder nach Hause komme. Das ist echt gut. Und, ähm, ja, das passt auch. Allerdings glaube ich nicht, dass das eine Langzeitbewältigung ist, sondern eher so eine, naja, äh, Übergangslösung. Und nicht auf Dauer. Bin ich aber noch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie das rauskommt. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Wir werden uns das mal anschauen. Lass es, lass uns auf uns zukommen. Auf mich viel mehr. Und ja, mal gucken. Und das, ja. Ja, eben, wir müssen einfach mal schauen. Und ich hoffe, dass ich das so gut wie möglich bewältigen kann. Vielleicht schaffe ich es dann sogar mal, einen Stream zu machen. Das habe ich mir schon so lange vorgenommen. Ähm, ich will unbedingt mal einen Stream machen auf YouTube. Das wäre so schön, wenn die Leute mir einfach mal zugucken, mir Tipps geben können, sagen, was ich spielen soll. Wie auch immer. Das wäre so schön. Das wäre einfach so schön. Und das wäre voll cool. Dann könnte ich mir auch eine größere Community aufbauen. Das wäre wirklich nice. Das wäre richtig nice. Und apropos Community, da komme ich direkt schon zum nächsten Punkt. Ähm, Twitter und Facebook. Ich habe einen Twitter-Kanal, also Twitter-Kanal. Ja, ich habe einen Twitter-Account und einen Facebook-Account. Beziehungsweise eine Seite. Und, äh, habe da noch relativ wenige Follower. Und, äh, ja. Auf Twitter poste ich eigentlich alles. Twitter ist meine Hauptplattform. Früher war es Facebook. Mittlerweile ist es Twitter. Und ich habe Facebook mit Twitter so synchronisiert, dass auf Facebook all das auch kommt, was auf Twitter kommt. Also, Facebook nutzt im Prinzip das, was ich auf Twitter poste, um es als Post zu posten. Wie oft habe ich jetzt Post gesagt? Das ist interessant. Nun ja, das bedeutet für euch, falls ihr keinen Twitter-Account habt, aber vielleicht einen Facebook-Account, könnt ihr trotzdem auf meine Seite gehen. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht schaffe ich es auch, die ins Video reinzupacken, aber ich glaube es nicht. Ähm, dann könnt ihr gerne mich dort abonnieren, beziehungsweise mir folgen. Und ihr seid dann immer auf dem neuesten Stand, wenn ich einfach was poste oder tweete. Das wäre mega cool. Und, ähm, ja, dann wäre das, dieser Punkt wäre auch schon mal abgehakt. Ähm, und dann jetzt, äh, der Titel zum Titel. Ein neuer Kanal. Ja, ich habe nämlich ein riesengroßes Problem. Ein riesengroßes Problem. Dieser Kanal ist so circa 2010 entstanden. Und, äh, ich habe, ja, durchweg mal ein paar Videos gemacht. Nie regelmäßig, muss ich dazu sagen. Ich habe nie regelmäßig gemacht. Ich habe erst seit diesem Jahr bin ich YouTube-Partner, aber ohne, ähm, Monetarisierung. Also, ich habe keine Monetarisierung drin. Das kann ich auch gleich nochmal erklären, warum. Ähm, aber ich kann sie jetzt auch schnell machen. Mein Lehrlingsarbeitsvertrag verbietet mir das. Das kann ich ruhig sagen. Ähm, das ist auch durchaus üblich. Manche Arbeitgeber wollen nicht, dass du woanders angestellt bist als Angestellter. Und, ähm, das ist durchaus legitim. Und deswegen darf ich das nicht machen. Weil dann stünde ich unter einem Arbeitsvertrag mit Google beziehungsweise mit YouTube. Ja, so zu dem nächsten Thema, wegen dem Kanal. Genau, da ich unregelmäßig Videos aufgenommen habe, am Anfang viele, viele Abonnenten gemacht habe. Also, ich hatte schlussendlich, hatte ich 300, jetzt muss ich selber überlegen, 48 oder so, 58 Abonnenten, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall bin ich, währenddessen ich diese Videos jetzt gemacht habe, also mit Let's Plays angefangen habe, bin ich auf 359, ah, dann war ich vorher auf weniger. Ich glaube, 48, aber Wurst. Ähm, bin ich mittlerweile auf 59 gekommen, 359. Und, äh, das hat sich immer so alterniert. Also, äh, es kam mal einer dazu, es ging mal zwei wieder weg, dann kam mal wieder welche dazu. Also, die haben sich immer so abgewechselt, sodass es immer im Gleichgewicht geblieben ist, ein bisschen. Mit Gleich, in Gleichgewicht mit, äh, Neigung zum Positiven. Also, ich habe mittlerweile 365 Abonnenten, glaube ich. Ich kann das nochmal nachprüfen, schnell. Ich habe die Seite nämlich gerade offen. 365, ja. So viele Tage wie ein Jahr hat, falls du das noch nicht wusstest. Ja, habe ich jetzt Abonnenten. Das freut mich eigentlich ziemlich, 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 ziemlich. Und ich würde gerne ein Special-Video machen bei 500 Abonnenten. Werde ich das schaffen? Müssen wir schon wieder Galileo Mystery anrufen? Hm, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, Ayman Abdallah. Nun ja. Der neue Kanal. Ähm, genau. Da mein Rating auf YouTube für diesen Kanal hier, also Sonki, da, wo du das Video gerade siehst, äh, ziemlich niedrig sein müsste, da ich unregelmäßig Videos hochlade. Weil zwischendrin viele Zeiten hatte, wo nichts gekommen ist. Meine Abonnentenzahl am Anfang ziemlich stark gestiegen ist. Und meine Viewerzahl, also ich habe auf einigen Videos 35.000, äh, Views. Aber über Jahre halt gesammelt. Das muss man auch noch sehen. Ich habe damals, äh, Minecraft-Tutorials gemacht, ähm, wie man Schweine füttert. Äh, keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Und, ähm, mittlerweile bin ich ja ein komplett anderes, in einem komplett anderen Genre gelandet. Naja, okay, komplett anders, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber, ähm, übrigens, ich bin gerade krank. Also, falls meine Stimme abkackt, nicht wundern. Und, äh, ja, damals habe ich die 35.000 Views gemacht, glaube ich. Ich muss das jetzt nachgucken, das stört mich sonst. Ähm, ja, genau. Und, ähm, da, 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 nicht gelissen, nicht monetarisiert, meist gesehen. Hier haben wir das. Mal schnell gucken. Ja, 40.463 Aufrufe und 208 Likes für, wie man Melonen und Kürbisse richtig anbaut in Minecraft. Interessant. Das ist echt sehr interessant. Ähm, und da habe ich noch einige Videos mit 30.000, 25.000, 22.000 und so weiter. Und die haben ja wahrscheinlich alle diese Abonnenten eingebröckelt. Ne, das will ich ja nicht sagen, aber es ist mega geil einfach. Das Problem ist halt nur, ähm, jetzt kommen keine Abonnenten mehr. Nicht mehr wirklich. Und das merkt YouTube natürlich an der Progression, an wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dass da einfach nichts mehr kommt. Das heißt, es ist keine Steigung mehr vorhanden und YouTube, ähm, assoziiert damit natürlich, dass der Inhalt meiner Videos bei der Inhalt meines Kanals nicht mehr gut ist, nicht mehr dem entspricht, nicht mehr, eben, keine Regelmäßigkeit vorhanden ist, dass es den Leuten nicht gefällt. Deswegen werde ich ziemlich weiter runtergerankt und, äh, das ist ein ziemliches Problem, weil, äh, ja, es wird niemandem vorgeschlagen, mein Video zu gucken. Das ist halt etwas problematisch. Und um das zu ändern, müsste ich eben einen komplett neuen Kanal machen. Ich habe auch schon einen erstellt, einen Unterkanal für diesen Kanal hier. Das sollte funktionieren, ich bin mir da nicht so sicher. Und, ähm, eventuell werde ich dort in Zukunft Videos hochladen, aber falls das der Fall sein sollte, werdet ihr natürlich informiert. Und, ähm, natürlich habt ihr dann die Möglichkeit, den Kanal zu wechseln. Also, das, dafür werde ich sorgen. Und, ähm, ich hoffe, dass mir das dann unter die Arme greift und mich wieder etwas auf die Spur bringt. Das wäre natürlich super. Ja. Und zum Abschluss hätte ich noch eine Bitte. Ich hätte wirklich noch eine Bitte. Und zwar bin ich gerade dabei, ein, äh, YouTube-Intro zu machen für meinen Kanal. Das ist ein Kanal-Intro. Und, ähm, ich habe schon mal angefangen, so die lustigsten Szenen von mir rauszusuchen aus Spielen. Also, ja, was ich mir so vorgestellt habe, wie auch immer, ähm, mein Lacher hätte ich gerne mal drin, wo ich Witze erzähle, wo ich gedisst werde von anderen Teamkollegen oder sonst irgendwas. So was hätte ich gerne. Und, ähm, wenn ihr da Bock habt zu, könnt ihr mir gerne Sachen schicken. Ich wäre da wirklich sehr, 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 sehr dankbar für. Das wäre wirklich super. Und, ähm, ja, ich würde dann auch schon mal gegen Ende kommen. Ähm, vergesst nicht, mich auf Twitter und Facebook zu abonnieren, beziehungsweise da zu folgen. Das wäre wirklich super. Und, ähm, ihr bleibt dann immer auf dem neuesten Stand, ist klar. Und, ja, ich bedanke mich schon mal bei euch, beziehungsweise speziell bei dir bedanke ich mich einfach recht herzlich, dass du dir das Video bis hierhin angeschaut hast. Und, ja, ich hoffe, der Content auf meinem Kanal gefällt dir soweit. Falls nicht, ich bin wirklich sehr, sehr offen für Kritik natürlich. Und bin auch sehr dankbar, wenn, wenn ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreibt. Schreibt einfach, was euch gerade einfällt. Oh, jetzt habe ich gerade das Mikrofon etwas. Schreibt einfach, was euch einfällt. Schreibt, was euch nicht gefällt. Schreibt, was ihr gerne sehen wollt. Schreibt einfach, einfach alles in die Kommentare, was ihr gerade denkt. Okay, nicht vielleicht alles, aber, naja, ich rede schon wieder viel zu viel. Ähm, gut, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, es war nicht allzu langwierig. Und, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was du darüber so denkst, über die einzelnen Punkte, die ich erzählt habe. Ähm, wie ihr dieses Format jetzt so findet. Ich finde es mal ganz interessant, einfach mal über mich zu labern, was so meine Probleme sind mit YouTube, wie ich damit umgehe. Äh, mal ein bisschen Gedankenanstöße zu finden. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreibt. Und, ja, wie gesagt, vergesst bitte nicht YouTube und Twitter. Naja, schon wieder YouTube. Ähm, vergesst bitte nicht Facebook und Twitter. Das wäre mir noch ganz wichtig, weil dann könnte ich mit euch ein bisschen mehr in Interaktion treten. Das fände ich echt cool. Ich habe mein Handy nämlich eigentlich immer dabei, kann dann immer antworten, falls Fragen sind. Ihr könnt mich alles fragen, immer fragen und so weiter. Falls es natürlich Fragen gibt, auf die ich nicht antworten möchte, werde ich das auch sagen. Also, wenn es jetzt zu privat ist oder etc. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und auf morgen. Bis wiedersehen. Euer Zonki. Ciao. Au. Euer Zonki. Euer Zonki. Euer Zonki. Euer Zonki. Euer Zonki. Euer Zonki. Euer Zonki.